Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel, wir sind zurück bei Mario Zweikas Charged Football. Schauen wir mal kurz in die Pokalstatistik, ich hab sogar als erster die Runde gewonnen. 6 Siege, 2 Niederlagen, 1 Golden Goal. Wunderbar, und wir gehen direkt ins Viertelfinale rein, bringt ja nichts. Lange schnacken bringt uns nichts, Waluigi wartet auf uns und ich bin natürlich guter Hoffnung, dass wir dort nicht untergehen. Ich, äh, ja, hoffe einfach, dass ich eine Chance wenigstens habe. Wenigstens eine Chance und dann gucken wir einfach mal weiter. Ähm, oh. Okay. Es ist immer, es ist immer so, es ist immer so deprimierend, wenn... Oh, wirklich. Nein, 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 warum hat der, warum hat der Pisser sein? Ja, genau, alter, träum weiter. Träum einfach. Oh, man hat der Pisser direkt sein Special. Ich hasse es, ich komme schon wieder so unglaublich schlecht an den Ball. Nein. Och, Mann. Die ganze Ecke war offen, alter. Wenn der jetzt reingegangen... Wenn der jetzt reingegangen wäre... Oh, ja, einfach, einfach nur wegwämmen müssen, das war alles, was ich gerade... Oh, machen musste. Ich habe den da hingepasst, warum? Also, da frage ich mich allen Ernstes, warum mache ich das? Es ist ein kniffliges Spiel, alter. Es ist ein kniffliges Spiel. Es ist... Ich kann das noch nicht so richtig einschätzen. Waluigi ist nicht so gut, aber ich habe einfach Probleme. Teilweise einfach... Ich will den roten. So. Ja, ja, zieh durch. Sauber. Und jetzt haben wir noch die Bananen. Ich wollte eigentlich mich mit den Bananen absichern. Hab dann aber gesehen, dass der Platz reicht. Jetzt habe ich noch die Bananen. Mit den Bananen könnte ich prinzipiell nochmal... Nochmal mit Hammerbruder versuchen durchzupressen. Oh, geil. Da will ich nochmal... Ich wollte einfach nochmal auf ihn draufhauen. Ah, jetzt habe ich die Bananen gelegt. Dabei musste ich das... Nein! Das ist so unfair. Oh. Boah. Wenn der jetzt... Ich glaube, wenn der Maulwurf nicht da gewesen wäre, wäre der nicht mehr reingegangen, weil dann wäre ich zu spät am Ball gewesen. Aber durch die Attacke hatte ich einfach so einen unglaublichen... Da habe ich so viel Strecke einfach weggelegt, dass es... Glaube ich, einfach gereicht hat. Ja. Das war sehr gut, Maluigi. Shagai ist so geil, Alter. Shagai. Das muss so deprimierend gerade sein. Weißt du, liegt es in 3-1 hinten und kriegst dann so ein Tor. Noch 50 Sekunden. Ich würde so gerne jetzt einfach... Ein bisschen auf Sicherheit spielen. Oh, 3 rote. Ja, ab zum Torwart. Wunderbar. Damit haben wir dieses Item so unglaublich eliminiert. Okay. Gut. Nein, 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 nein. Da hat ein Zentimeter gefehlt, Alter. Die Bananen habe ich gut gelegt. Shagai. Geiler Typ. Der Junge weiß einfach, wo er stehen muss. Das ist der Wahnsinn. Shagai ist so ein cooler Typ. Der, der, das ist ein richtiger, Alter, das ist ein richtiger Goalgetter. Ja, hier, da ist ein... Ah, ist das schön, ist das schön. 5-1 gewonnen. Das gibt ein bisschen Selbstvertrauen für das nächste Match. Das ist schön, das ist schön, das ist schön. Geil. Das gibt Selbstvertrauen. Das gibt ein bisschen Selbstvertrauen für das nächste Match. Es hat schlecht angefangen und hat sich zum Guten gewendet. Und ich bin so glücklich darüber, dass es das einfach gemacht hat. Ich wäre so kaputt gegangen, wenn ich das jetzt wieder verloren hätte, weißt. Weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich besser bin in dem Spiel. Besser geworden bin. Ich bin ein bisschen aggressiver, ich verteidige noch besser. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich die Tore besser mache. Und deswegen war das, dass ich direkt im letzten Part ausgeschieden bin im Viertelfinale. War echt ein Schlag ins Gesicht für mich. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Weil, wie gesagt, ich mache jetzt immer ein Spiel pro Part. Einfach, damit ich mehr Parts habe. Damit ich nicht innerhalb von einem Tag immer alle neuen Spiele aufholen muss. Was manchmal halt nervig ist, weil ich dann auch echt keinen Bock mehr habe. Und weil es auch nicht so spoilert. Die Partlänge spoilert nicht, ob ich gewonnen oder verloren habe. Das bedeutet, wir sehen uns morgen im Halbfinale. Bis dann und ciao. Tschüss, euer Korne.